Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? Ich wollte euch nur schnell ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2015 wünschen. Ich bin gerade in Sydney auf einem Roadtrip, der uns von Brisbane nach Adelaide geführt hat, dann in Canberra, haben wir inzwischen einen Stopp gehabt und jetzt sind wir in Sydney bei Freunden und fahren dann morgen wieder zurück Richtung Brisbane und werden da in drei Tagen ankommen. Das letzte Jahr hat mir viel Spaß gemacht, habe super Feedback von euch bekommen und ich hoffe, dass das nächste Jahr zumindest genauso bleibt, wenn nicht noch viel besser. Ich habe einige Sachen geplant für das nächste Jahr. Gleich im Januar werde ich nochmal wahrscheinlich auf einem kurzen Roadtrip unterwegs sein. Ich werde euch ein bisschen was über verschiedene Visa, die es hier gibt in Australien, erzählen. Ich bin gerade momentan selbst dabei. Ich habe gerade geduscht, auch noch ein bisschen was am Ohr. mich für einen Permanent Residency Visa zu bewerben. Ich werde euch darüber ein bisschen was erzählen und natürlich eure Fragen beantworten. Okay, das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Also viele Grüße nochmal nach Deutschland und allen ein glückliches Jahr 2015. Also, bis später. Gut das blah, genau. Kurz darauf, nach Deutschland. Wir sch fa吉 das Jahr. Vielen Dank. Jürgen Paul Müller?